Am Gymnasium Samuel vom Pufendorf gibt es ein klares Energiekompetenzteam, die Schülerfirma SamSolar. Die sächsischen Energiesparmeister koordinieren nicht nur die Einnahmen der schuleigenen Solaranlage, sondern sorgen auch dafür, dass an ihrer Schule nicht nur CO2-freier Strom erzeugt wird, sondern möglichst viel Energie gar nicht erst verbraucht wird. Die SamSolaner organisieren Klimakonferenzen und Infoveranstaltungen, losten den Wettbewerb Wer wird Klimachampion innerhalb der Schule aus und bilden Umweltberater in den Klassen aus. Sie sind die Regenerativen.